Guten Morgen zusammen und willkommen zurück zum Game-Based-Podcast. Heute möchten wir das Thema künstliche Intelligenz in Games beleuchten. Mein Name ist Giovanni, so heißt zumindest meine Stimme. Alles, was ich jetzt sage, hat Nino nämlich einfach kurz eingetippt und ich würde jeden Pups sagen, wenn es von mir verlangt wird. Genau, so oder so ähnlich könnte es klingen, wenn auch ich irgendwann durch eine KI ersetzt werde, um nochmal ein bisschen Panikmache zu machen. Nein, Spaß, auch von mir, von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen zum Game-Based-Podcast. Wie Giovanni so charmant schon anmoderiert hat, möchten wir heute über das Thema künstliche Intelligenz reden und vor allem, wie dies in der Games-Branche schon Anklang findet. Das Thema KI ist ja immer präsenter. Auf sozialen Medien bekommt man zum Beispiel immer wieder mit, dass es verschiedene Stimmsamples gibt von prominenten Personen oder Politikern, die man jetzt auch quasi einfach alles sagen lassen kann. Künstliche Intelligenz kann einen Texte schreiben und vieles, vieles mehr. Da ich mich in dem Thema, vor allem im Bereich der Games-Branche, natürlich nicht so gut auskenne wie einige Experten, habe ich mir wieder einen Interviewgast geholt, mit dem ich darüber reden möchte. Und zwar Wolfgang Walk. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist. Hallo Nino, hallo in die Runde. Ich würde kurz dich vorstellen, damit man einen Überblick kriegt, was du machst. Du machst sehr viele Sachen, heißt ich habe jetzt auch ein paar Sachen ausgelassen, du kannst aber gerne die wichtigen Sachen nochmal ergänzen. Und zwar bist du schon seit 25 Jahren unterwegs in der Spielindustrie als Autor, Produzent, Narrative Producer, Narrative Researcher. Du hast mit verschiedenen Firmen zusammengearbeitet, wie zum Beispiel Bluebyte, Atari, dem SWR, Assemble Entertainment und noch einigen mehr. Und du bist auch Dozent an Universitäten in Deutschland, wie zum Beispiel der Media Design Hochschule in München, Berlin oder der SRH in Heidelberg. Außerdem bist du auch Mitglied der Jury des Deutschen Entwicklerpreises. Das ist so im Groben zu deinem Lebenslauf. Möchtest du vielleicht auch nochmal einfach einen Input geben, was so dein dein Steckenpferd ist? Ja, ein paar Sachen davon liegen inzwischen in der Vergangenheit. Also die letzten vier Jahre war ich nicht mehr beim Entwicklerpreis in der Jury. Also es ist auch nicht so, dass ich über mehr Stunden am Tag verfüge als andere Menschen. Aber ja, ich unterrichte an verschiedenen Hochschulen. Ich habe an sehr vielen Spielen mitgearbeitet. Ich glaube, die offizielle Mobi Games Library ist 37. Es werden ein paar mehr sein. Ich bin auch tatsächlich schon ein paar Jahre länger als 25 in der Spielebranche. Meine ersten Credits durfte ich irgendwann Anfang der 90er bekommen haben für ein Spiel. Das heißt, ja, es ist in der Zeit passiert natürlich viel. Und weil ich als Freier unterwegs bin seit dem Jahr 2005, gibt es natürlich viele Jobs, die man dann für eine gewisse Zeit hat und dann wieder nicht mehr. Das ist völlig normal. Und insofern klingt das alles unglaublich viel. Aber wenn man das dann über inzwischen dann, ja, über 30 Jahre eigentlich hinweg streckt, sieht man, dass es alles durchaus nicht nur mit super, mit übermenschlichen Kräften zu erklären, die ich durchaus nicht besitze. Ja. Aber was es auf jeden Fall besitzt, ist sehr viel Erfahrung. Und du hast ja die Entwicklung der Games dann sehr gut begleiten können. Ja, das habe ich. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht zu diskutieren. Genau. Und ich glaube, das ist auch ganz cool für diese Folge, weil die künstliche Intelligenz ja zumindest auf weite Sicht betrachtet sehr viele neue Möglichkeiten schaffen könnte. Was genau, darauf werden wir später auch noch eingehen. Ich würde jetzt einfach noch mal kurz eine Definition aufstellen oder eine Erklärung, was künstliche Intelligenz ist für diejenigen, die vielleicht doch noch keinen Kontaktpunkt zu dem Thema hatten. Und zwar ist künstliche Intelligenz, genau, das bezieht sich auf die Fähigkeit von Maschinen oder Computersystemen, Aufgaben durchzuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Heißt, KI-Systeme können Daten analysieren, Muster erkennen, Probleme lösen, Entscheidungen treffen und auch lernen, um die eigene Leistung im Laufe der Zeit zu verbessern. Die KI-Algorithmen und Techniken umfassen maschinelles Lernen, neuronale Netze, Deep Learning und natürliche Sprachverarbeitung und mehr. Diese Technologie wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, auch mittlerweile im Gesundheitswesen, im Finanzwesen, in der Automobilindustrie und eben auch in der Medienproduktion, wo sich unser Thema auch ansiedelt. Genau. Im Lauf meiner Recherchen habe ich mir auch nochmal angeguckt, wie genau das in der Games-Branche, jedenfalls das, was rausgegeben wurde, schon benutzt wird. Und da hat es sich mittlerweile auch eher, ich habe gedacht, das könnte schon weiter sein, aber das wird wahrscheinlich in der Zukunft kommen. Jetzt erstmal eingependelt bei solchen Sachen wie Audios erstellen, wie das, was ich gerade gemacht habe, dass Texte geschrieben werden, Grafiken können designt werden von einer KI, Content kann hergestellt werden und ein großer Punkt ist auch die Nutzerdatenanalyse, sowie, dass man auch solche Sachen machen kann, wie automatische Untertitel zu erstellen. Wolfgang, welche Kontaktpunkte hattest du denn schon zu diesem Thema in den Projekten, die du bisher gemacht hast? Vorwiegend Überlegungen, wie man das einsetzen könnte, welche Möglichkeiten man hat. Ich bin eher aus verschiedenen Gründen bei kleineren Projekten unterwegs, mit kleineren Teams. Ich arbeite eigentlich fast gar nicht mehr für die wirklich großen Unternehmen. Erstens, weil die fast nie mit Freien zusammenarbeiten. Zweitens, weil ich auch keine Lust habe, irgendwo ein kleines Rädchen in einem riesigen Projekt zu sein. Aber gerade für Kleine gibt es natürlich sehr interessante Anknüpfungspunkte, weil man strukturelle Schwächen als Kleine, man hat einfach weniger Leute, weniger Geld, natürlich dadurch überbrücken kann, dass man die AI an bestimmten Stellen einsetzt, um eine Menge an Content zu produzieren, die man mit den paar Leuten, die man im Studio sitzen hat, sonst nie im Leben hinbekäme. Die Probleme, die sich da im Ordentlichen stellen, sind, dass eigentlich sowohl auf der Seite der Code-Erstellung, die automatisch geht, es aber noch massive Qualitätsprobleme gibt, vor allem was Performance angeht. Und dann auf der Seite der Grafik-Erstellung sehr häufig die Ergebnisse noch nicht so sind, wie man das tatsächlich braucht, damit es Überzeugen ist innerhalb des Spiels. Bei Dialogen ist eigentlich genau das Gleiche. Man braucht in jedem Fall immer noch jemanden, der die alle liest, der die alle gegenliest, der die alle nochmal korrigiert, weil gerade wenn wir von diesen Large Language Modellen ausgehen, wie das ChatGTP, klar, die können jede Menge Dialoge schreiben, aber die haben keinerlei Rücksicht auf inhaltliche Konsistenz, auf ob das Ganze überhaupt glaubwürdig ist, diese ganzen Sachen sind nicht da. Das heißt, ich brauche immer jemanden, der die ganzen Sachen noch überarbeitet und dann stellt sich immer auch die Frage, kann man es dann nicht besser selbst schreiben? Je nachdem, wie viel Quatsch dabei rauskommt. Man muss nämlich sehen, dass diese ganzen Lais ja gefüttert werden müssen, die müssen gepromptet werden, die müssen wissen, von welchen Quellen sie lernen können, sie müssen beigebracht bekommen, was sie lernen sollen. Das alles ist auch mit Arbeit verbunden, das alles ist mit Leuten verbunden, die diese Qualifikationen letzten Endes haben, sich das beigebracht haben. Und dann kommt man noch in eine ganze Reihe anderer Probleme, Copyright-Probleme und was weiß ich nicht. Gerade wenn man mit öffentlichen Tools wie ChatGTP arbeitet, wenn der mir auf einmal irgendwie einen Text von einem entlegenen Autor aus, was weiß ich nicht, Westafrika übersetzt da reinlegt und dann kriege ich hinterher mit meinem Spiel eine Copyright-Klage, weil ich diese Texte drin habe, die ich so selbst nie hätte finden können, dann ist mein Spiel ganz schnell vom Markt und ich habe einen Totalverlust wegen ein paar Zeilen Text. Das ist, also da sind noch jede Menge ungelöste Probleme, weswegen man noch sehr, sehr vorsichtig sein muss, gerade auch als kleiner Entwickler. Aber, dass man sich damit beschäftigen muss, das ist genauso wahr. Hast du mir ein Beispiel, wie, du hast ja vorhin gesagt, kleine Unternehmen davon profitieren können und weil eben nicht das Budget da ist, jemanden einzustellen. Ich habe ein Beispiel gesehen gehabt auf YouTube, wo jemand eine KI halt Grafiken erstellen lassen hat, damit man sich auch daran einfach nur inspirieren lassen kann, wie man die Spieleumgebung machen soll. Gibt es da irgendein Beispiel, was du für mich hast? Also, wenn man auf der Prototyp-Ebene arbeitet, das heißt, wir gucken erstmal, ob dieses Spiel über Spaß macht, funktioniert. Das liegt ja meistens nicht daran, dass die Grafik schon super detailliert ist und super konsistent, sondern müssen die Mechaniken stimmen. Da kann ich also eine AI mir eigentlich eine beliebige Umgebung bauen lassen, von der eigentlich nur wichtig ist, dass die ungefähr genauso geblockt ist. Ich erkläre den Begriff gleich, dass sie genauso geblockt ist, wie die Umgebung, die ich auch im Spiel haben werde. Geblockt bedeutet in dem Augenblick, ich kann eigentlich dahin gehen, wo ich auch in meinem endgültigen Spiel hingehen könnte und ich kann da nicht hingehen, wo ich hingehen könnte. Ich habe die gleichen Sichtlinien, ich habe mehr oder wenige Umgebungen, die das von der Spielmechanik her eins zu eins abbildet. Aber da ist komplett egal, wie es aussieht. Da kann ich natürlich hingehen und sagen, wir machen irgendeine Fantasy-Welt, AI, bauen wir mal irgendwas Tolkien-mäßiges da rein und dann macht die AI das. Ja, aber dann wird wahrscheinlich auch irgendwo Gundyfe aus dem Herr der Ringe rumstehen und in dem Augenblick bekäme ich natürlich, wenn ich das so veröffentliche, ein riesiges Copyright-Problem. Aber für einen Prototyp, um zu testen, macht das überhaupt Spaß? Ist das natürlich super. Da würde ich ja auch Geld und Zeit investieren in Entwicklung normalerweise, wenn ich das erstmal alles baue. Und so komme ich viel schneller dahin zu testen, macht das Spiel überhaupt Spaß? Das sind Sachen, die kann man heute schon einsetzen und die werden auch so eingesetzt. Auf der anderen Seite sind die meisten Tools, die heute so angeboten werden, die sind alle auf dem richtigen Weg, aber die sind alle noch nicht da, dass das wirklich in einem finalen Projekt einsetzbar war. Wir haben mit einem Projekt jetzt erst die letzte Woche ein Tool getestet. Das sagt ja jetzt, okay, du stellst dir ein Bild rein von einem Charakter und wir bauen das 3D-Modell. Dieses 3D-Modell muss man, stellt sich daraus, nochmal erheblich anfassen. Die Texturen funktionieren überhaupt nicht. Das heißt, man muss das Ding komplett retexturieren. Es hat auch kein Bone-System. Das heißt, man kann den Charakter erstmal a priori nicht animieren. Man muss den also erstmal mit einem Bone-System noch ausstatten, also einem Knochensystem, damit man ihn vernünftig animieren kann, damit er laufen kann und andere Bewegungen machen kann. Das heißt, da ist noch jede Menge Arbeit hinterher. Aber ja, man hat zunächst mal ein 3D-Modell. Für einen Prototyp kann man das nehmen. Das steht dann aber nur rum. Dann braucht man also noch ein weiteres Tool, das einem das ganze Ding animiert. Das heißt, es ist nicht so, dass man demnächst nur auf den Knopf drückt und man hat ein Spiel. Das wird, also ich werde das nicht mehr erleben und ich hoffe doch noch, das eine oder andere Jahrzehnt oben draufzusetzen. Tatsache ist, AI wird eine neue Tool-Pipeline bedeuten für uns als Spielentwickler. Die wird sich über die nächsten 15, vielleicht bis 20 Jahre etablieren in den wichtigsten Zügen. Ich bin da kein Prophet mehr, wie schnell da jetzt irgendwas geht. Das hängt immer davon ab, wie viel Geld geht rein. Wer gibt das Geld? In welche Richtung wird geforscht? Aber prinzipiell sehe ich es, dass sich die Qualifikationen, die man als Games-Entwickler braucht, dass die sich sehr ändern werden in den nächsten Jahren. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Copyright zurückkommen, weil du das jetzt zweimal angesprochen hast. Das ist tatsächlich etwas, worüber ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht hatte. Wenn ich jetzt bei ChatGPT oder bei irgendeinem anderen Bildgenerierungstool mir was kreieren lasse, sammelt der ja oder erstellt was Neues aus den vorhandenen Informationen, die im Netz zur Verfügung stehen. Heißt, die künstliche Intelligenz kreiert ja quasi nichts Neues, sondern formuliert das ja immer nur um. Gibt es da schon irgendeine Art von Regelung, wie man mit sowas umgeht? Also weil ich bei ChatGPT kann ich ja zum Beispiel absolut nicht kontrollieren, woher er seine Sachen genommen hat. Das hast du ja vorhin auch gesagt, mit irgendeinem Autor, den ich gar nicht kenne, weil er in einer anderen Sprache gesprochen hat. Ja, also ich weiß, dass viele Gesetzgeber da schon dran sind. Ich weiß, dass beispielsweise im US-Kongress, ausgerechnet im US-Kongress, es Bewegungen gibt, zu sagen, alles klar, wenn solche AIs, die allgemein zugreifen auf das Internet, wenn die benutzt werden, um ein Spiel zu bauen, den letzten Release eines Spiels zu bauen, dann wird dieses Spiel sozusagen, darf gar nicht erscheinen. Ja, das heißt, da wäre dann eine Plattform wie Steam, der gegenüber müsste man versichern, dass man solche Tools nicht eingesetzt hat, weil die das sonst gar nicht raufnehmen, weil die ja selbst dann ein Copyright-Problem kriegen. Ich halte das auch, ich halte das möglicherweise für schwer überprüfbar, aber ich halte es nicht für unsinnig, so etwas zu machen. Nur weil der Nachweis eines Verbrechens schwer ist, ist etwas trotzdem ein Verbrechen. Und ganz klar, Content stehlen ist ein Verbrechen. Ich weiß, dass meine Generation damals, als die ganzen Streaming-Surfaces für Musik aufkam, da oft andere Positionen hatte, aber letzten Endes als jemand, der immer auch Content erstellt hat, war mir das eigentlich immer klar. Nee, ich möchte nicht, dass meine Sachen einfach gestohlen, woanders zu Geld gemacht werden und ich habe nichts davon. Das heißt, worauf man bauen muss dann in der Spielindustrie und überall da, wo Content mit AI hergestellt wird, ist entweder klarzustellen, dass man sich Lizenzrechte besorgt. Das Ganze könnte über eine Art, so etwas wie die GEMA gehen oder so etwas. Also eine internationale Organisation, die allgemein von jedem Content-Hersteller, der allgemeine AIs betreibt, Geld einsammelt und dann an die Content-Produzenten wieder ausschüttet per Gießkanne. Das finde ich jetzt spannend, weil wie würde man das denn, also bei Musik kann ich sagen, okay, da gibt es Künstler, die haben die Musik auch bei der GEMA angemeldet, schätze ich. Aber allen Content, der je im Internet hochgeladen wurde, den eine KI bezieht, den Leuten Geld zur Verfügung zu stellen, stelle ich mir jetzt... Die müssten sich auch anmelden, das wäre ein Modell. Ein anderes Modell, und meines Erachtens auch vielversprechender für mich als Content-Hersteller, ist, dass ich... Wir reden bei einer Game-Produktion ja immer von einer bestimmten Brand, die findet innerhalb einer bestimmten Welt statt, die hat eine bestimmte Optik und so weiter. Und die muss ich ja sowieso entwickeln. Ich kann zumindest für die nächsten 20, 25 Jahre nicht hingehen und meiner AI sagen, entwickeln wir mal eine unike Optik für diese Welt, die innerhalb der Welt konsistent ist, sinnvoll ist und so weiter. Das wird noch sehr, sehr lange dauern. Ich kann also hingehen und kann diese AI füttern mit beispielhaften Grafiken, die ich selbst erstellt habe, mit Charakteren, die ich selbst erstellt habe, mit Informationen über die Welt, über die Kulturen, die Ethiken und so weiter. Also das heißt, da steckt ein sehr, sehr langer kreativer Prozess und damit füttere ich eine Datenbank und dann lasse ich meine AI auf diese Datenbank los, die ich komplett selbst erstellt habe und dann kann die damit arbeiten. Und die Frage ist, wie weit die dann kommt, weil das ist dann natürlich gegenüber einem gigantischen Datenvolumen wie dem Internet ist das natürlich winzig. Egal, wie lange ich daran arbeite, mit wie vielen Menschen ich daran arbeite, das wird immer unverhältnismäßig weniger sein, als das als Inspiration aus dem kompletten Internet zu entnehmen. Aber letzten Endes ist das der zweite Weg und ich halte den tatsächlich sogar für den Wahrscheinlicheren. Wenn die AI-Algorithmen besser werden, denke ich, ist eines der Qualitätsmerkmale, wie viele Daten brauchen die überhaupt, um anständige Inhalte zu produzieren. Brauchen die wirklich das Internet oder können die auch tatsächlich aus relativ geringen, beispielsweise aus einem Vorgängerspiel, das ich gemacht habe, dann eben schon jede Menge neuen Content kreieren, der für die Community auf der einen Seite weiterhin diese Welt repräsentiert, die ja von der Community, von der Gamer-Community geliebt wird und auf der anderen Seite unkonsistent ist damit und auf der anderen Seite aber neu genug ist, damit eben auch neue spannende Inhalte für die Community entstehen. Das klingt alles für mich sehr viel beruhigender, als es manchmal ausgemalt wird. Denn im Endeffekt kann mit diesen Regeln, steckt sehr viel trotzdem kreative Arbeit dahinter, dass ich urheberrechtlich richtig gearbeitet zu dem Produkt komme, das ich möchte. Das heißt, es geht dann schon eher in die Richtung, ich habe vielleicht meine eigene KI, die ich bespeise, damit ich eben nicht in diese Fettnäpfchen trete, die wir gerade angesprochen haben. Ja, das ist die sichere Lösung. Wenn ich mit allgemeinen KI, also KIs arbeiten, allgemeine KI ist nochmal was anderes. Wenn ich mit KIs arbeite, die allgemein auf das gesamte Internet zugreifen, werde ich immer ein Copyright-Problem haben. Und das müssen Gesetzgeber lösen. Und da werden wahrscheinlich Wege geschaffen werden. Aber das ist noch ein sehr, sehr langer gesetzgeberischer Prozess. Da wird es auch noch viel Streit zwischen den einzelnen Nationen geben, zwischen den Blöcken wie EU, China, die sowieso da traditionell einen ganz anderen Zugriff drauf haben auf Copyright. Den USA und anderen. Und dann natürlich auch den Content-Vertretern, also den Content-Erzeugern, die sowieso immer am Ende der Fresskette saßen, schon immer, und die möglicherweise ganz neue Organisationsformen finden müssen, um ihre Rechte da zu vertreten. Weil ich sehe nicht, wie unter dem, ich wollte ja sagen Andrang, aber das ist nicht mal ein Anschlag, der Multimilliarden-Content-Verkäufer einzelne Content-Produzenten überhaupt bestehen sollen. Ich denke, da wird eine Art Content-Erzeuger-Gewerkschaft oder wie auch immer entstehen müssen, eine weltweite, die dann irgendwann mal auch sagt, nee, unter den Bedingungen produzieren wir nicht mehr. Nichts mehr. Wird alles gesperrt. Und jetzt müssen neue Verträge ausgehandelt werden. Und ich denke, dass ich dann als, in dem Augenblick als Content-Produzierende Firma, die Content verkaufen will, Original-Content verkaufen will, wo mir auch nicht ständig irgendwelche User sagen, ha, die Grafik habt ihr von dem geklaut und die Geschichte hat, was weiß ich nicht, Daniel Gaiman schon geschrieben. Und die Gaming-Community ist sehr gut darin, sowas zu erkennen und das dann auch kundzutun. Genau. Und also wenn ich dann tatsächlich den ein oder anderen Shitstorm auch vermeiden möchte, brauche ich vielleicht tatsächlich eine AI, die in der Lage ist, aus dem, was ich selbst produziert habe, weiteren Content zu generieren. Was dann ja auch noch in dieses Gaming-Modell oder Game-Handels-Modell, das sich in den letzten Jahren entwickelt hat, diese Live-Services dann sehr gut integriert. Da erzeugen wir ja eine Menge Daten, das ganze Spielerverhalten. Das wird gemessen. Damit kommen wir dann zum weiteren Thema, das über die Ethik hinter der ganzen Sache. Aber wir können natürlich als die Betreiber der Server alles messen, was die Spieler machen. Wir können das Spielerverhalten dann empirisch analysieren und können dann in das bevorzugte Spielerverhalten hinein neue Kontente, neue Inhalte hineinproduzieren. Auch das hat seine Grenzen. Das ist ein interessantes Thema. Da gibt es sehr viele naive Vorstellungen. Und es hat auch markttechnische Probleme, die nicht zu vernachlässigen sind. Aber ich sehe da eher die Zukunft der AI in der Branche als in den allgemeinen großen Large Language Models. die das ganze Internet durchcrawlen und dann zu ihren Ergebnissen kommen. Ist das auch ein Thema, das du bei den Vorlesungen ansprichst, die du gibst an den Hochschulen? Weil du ja auch gerade gesagt hast, dass das Berufsfeld ändern wird, beziehungsweise man sich neue Sachen aneignen muss. Im Sinne von, bereitet euch darauf vor, dass diese Skills dann auch gefragt werden? Ich bin eher an der Design-Seite im Unterricht tätig. Und die Design-Seite wird sich verändern in den Tools. Aber da geht es bisher tatsächlich noch sehr, sehr wenig. Aber vorwiegend wird die Design-Seite nach wie vor einfach die menschliche Kreativität sein. Und die wird relativ wenig davon betroffen sein. Die wird man nach wie vor brauchen. Die wird sich anders ausdrücken müssen in den Werkzeugen. Aber letzten Endes, wie ein Spiel funktioniert, was die Mechanismen sind, wie sich eine Narration im Spiel darstellt, wo überhaupt die Narration beginnt nach der Mechanik, diese ganzen Fragen, das bleibt gleich. Das Game verändert sich ja nicht strukturell. Entscheidend dadurch als Game, dadurch, dass da auf einmal ein naier Werk ist, sowohl in der Produktion wie im Spiel selbst. Im Bezug auf künstliche Intelligenz gibt es ja viele Berührungsängste. Beziehungsweise die Leute wissen nicht genau, wie sie darauf reagieren sollen. Auf TikTok oder auch auf Instagram mittlerweile, glaube ich, gibt es die Möglichkeit, dass man labeln kann, dass der Content mit AI produziert wurde, dass das mit benutzt wird. Und im Bezug auf sehr viel Science-Fiction-Filme wissen wir ja, dass auch sehr viel Potenzial da drin stecken könnte, schlechte Sachen damit zu machen. Im Vorgespräch haben wir auch kurz angesprochen gehabt, welche moralischen Dilemma da aufkommen könnten. Was ich jetzt in meinen Recherchen gefunden habe, ist, dass zum Beispiel KI-Algorithmen Nutzerdaten sehr, sehr gut sammeln und analysieren können und das Spiel so anpassen können, dass ich wirklich noch mehr in diesen Sog reinkomme, also ein sehr viel höheres Suchtpotenzial da ist. Und ich meine, wir wissen, natürlich ist eine Firma immer bedacht, dass man lange spielt und viel spielt, weil so verdienen sie ihr Geld. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo ein moralischer Kodex sinnvoll wäre, dass das sich aber natürlich jedes Unternehmen auch leisten kann, sich darüber Gedanken zu machen, wissen wir. Hast du da dir schon mal Gedanken darüber gemacht oder schon in Zusammenarbeiten da etwas eingebracht? Nee, also persönlich war ich da jetzt, da werde ich auch nicht gefragt, weil die meisten Leute in der Branche meine Position kennen und wissen, dass ich eher auf der Seite der Ethik als des Geldes stehe. Und das heißt, ich bin nur der, der ihr schlechtes Gewissen wieder aufrührt und das wollen die meisten nicht. Und dafür Geld bezahlen. Und mich dafür noch zu bezahlen, haben sie verständlicherweise wenig Lust zu. Bin ich auch gar nicht böse. Ich meine, die Mechanismen kennt jeder. Wenn irgendwo richtig Geld gemacht werden kann, spielt Ethik keine Rolle mehr. Punkt. In dem Augenblick gibt es allerhöchstens noch den Gesetzgeber, der da reingeht und der dann verhindert, dass die größten Scheunereien stattfinden. Das liegt nicht daran, dass der Mensch schlecht ist, das liegt daran, dass der Mensch gierig ist. Und Geld einfach korrumpiert. Punkt. Wir haben in unserem Sozialsystem, nicht nur in unserem Wirtschaftssystem, sogar in unserem Sozialsystem, haben wir Geld als zentrale Ressource. Das ist übrigens ein Begriff aus dem Game Design. Und in einem Spiel dreht sich halt alles um die Maximierung der zentralen Ressource. Und so ist das in unserem Leben. Alles dreht sich für viele Menschen um die Maximierung des Geldes. Man muss eine schon sehr bewusste Lebensentscheidung treffen, um aus diesem Kreislauf auszubrechen. Und das ist auch nicht leicht. Und natürlich, wenn ich Chef einer Firma bin und da hängen vielleicht 50, 100, 500, 5000 Arbeitsplätze von mir ab, natürlich muss ich zusehen, dass die Kohle reinkommt. Ich habe jeden Monat eine massive Burnrate. Ich habe jeden Monat möglicherweise Millionen von Euro, die ich ausgeben muss, nur um meine Leute zu bezahlen. Da stehen ethische Bedenken möglicherweise erst mal hinten an. Und da zeigt man dann auch auf den Gesetzgeber und sagt, gib mir einen Rahmen, in dem alle handeln müssen, dann handele ich auch danach. Und der Gesetzgeber tappt da wahrscheinlich komplett im Dunkeln, weil die Leute, die sich damit auskennen, halt oft nicht in der Politik sind. Und das kommt noch dazu. Ich meine, wenn ich bedenke, wie viele Jahre ist jetzt gerade her? Ich glaube, ich hatte schon 20 Jahre eine E-Mail-Adresse, als Frau Merkel ankam mit, das ist alles Neuland für uns. Und dann weiß ich natürlich, aber ich weiß, dass in der EU schon massiv darüber geredet wird. Also in der EU liegen ja schon die ersten Gesetzesentwürfe vor und das ist auch gut so, das ist zu begrüßen. Die werden natürlich erst mal am Problem vorbeigehen. Auch die Politik muss ihre Erfahrungen sammeln. Und da wird wieder massiv geschimpft werden, wenn das nicht funktioniert. Das ist ganz klar. Inzwischen bin ich alt genug, um dieses Spiel zu kennen. Aber es passiert was. Also und das ist erst mal, das, was passiert ist, erst mal zu begrüßen. Das wird nicht komplett ignoriert. Das Problem ist natürlich in dem Augenblick, wo ich den Leuten ungehinderten Zugriff auf diese massiven Daten gebe, werden eventuell einzelne User verwundbar. Man verrät relativ viel über sich. Wann locke ich mich ein, wann locke ich mich aus. Verrät schon was über meinen Lebensrhythmus. Wie viele Stunden spiele ich am Tag? Für was gebe ich in der Welt mein Geld aus? Ich gebe meine Kreditkartennummern ein. Über die Chats bin ich vielleicht abhörbar. Ja, das heißt also, natürlich kann jetzt ein Entwickler sagen, es ist legitim, dass wir abhören, über was sich User unterhalten, weil wir wollen wissen, was sie wollen. Und die unterhalten sich auch. Ähnlich wie es ja jetzt bei sozialen Medien ist. Genau, genau. Bloß die erzählen sich da eben auch private Dinge. Und wo endet das? Und wo ist dann irgendwann mal. Das heißt, da stecken also ganz massive mögliche Grenzverletzungen drin, die natürlich abgefangen gehören. Und da ist ganz klar der Gesetzgeber gefordert, sich auf die immer diese freiwilligen Selbstverpflichtungen, von denen halte ich gar nichts, weil dann geht einer hin und sagt, Entschuldigung, das ist eine freiwillige Selbstverpflichtung. Ich fühle mich daran nicht gebunden. Und in dem Augenblick, wo sich einer nicht daran gebunden fühlt, werden alle anderen in diesen Sog gerissen, weil der eine sich ja letztendlich... Weil man sonst nicht konkurrenzfähig ist. Weil man sonst nicht konkurrenzfähig ist. Das heißt, es braucht einen klaren Rahmen, dass derjenige, der sich nicht daran hält, tatsächlich auch nicht davon langfristig profitieren kann, sondern aus dem Geschäft genommen wird. Das heißt, da sind also mal wieder eine ganze Menge Probleme, juristische Probleme, gesetzgeberische Probleme und am Ende auch Probleme in der Rechtsprechung, bis so ein Gesetz dann tatsächlich in den Gerichten ausgelegt ist und alles eingetütet ist und jeder weiß, alles klar, das ist jetzt genau der rechtliche Rahmen. Das dauert dann ja auch noch mal ein paar Jahre. Aber das liegt alles vor uns. Da werden wir nicht drum herum kommen. Und dann natürlich auch arbeitsrechtlich. Was bedeutet das für mich in meiner Arbeit? Welche neuen gesetzgeberischen Vorgaben bekomme ich als Designer, wenn ich da Daten bekomme von wegen, ja, wir haben gerade zwölf Prozent unserer User, stecken gerade in massiven Eheproblemen, lass uns dazu was machen. Ist das möglich, so was schon auszulesen? Oder ist das eher ein... Wenn die sich entsprechend offen darüber unterhalten und eine entsprechende Hochrechnung angestellt wird, so, wir haben so und so viele User, so und so viele User erfahrungsgemäß, tauschen sich überhaupt darüber aus, ein gewisser Prozentsatz kann ich das hochrechnen und auf einmal kommt so ein Ding und dann sage ich, ja, stopp, Moment, ich als Entwickler will ich wirklich aus den persönlichen Problemen meiner User dann Geld machen hinter, indem ich das da irgendwas mache? Oder wir haben festgestellt, um es noch klarer zu machen, 27 Prozent unserer User, unserer männlichen User, sind massive Frauenfeinde. Lasst uns irgendwo eine spielbare Vergewaltigung einbauen. Das wird kommen. Ob das wirklich gemacht wird, weiß ich nicht. Aber die Anforderung an die Game Designer wird kommen. Ganz sicher, irgendwo auf diesem Planeten wird das kommen. Und dann ist eben auch für mich als Designer kann ich dann nicht mehr sagen, it's just a game. Das heißt, habe ich in dem Augenblick das Recht, beispielsweise meinen Arbeitgeber zu letzten Endes da Nein zu sagen und trotzdem meinen Job zu behalten? Wie sieht das arbeitsrechtlich aus? Ich verweigere in dem Augenblick das zu tun. Ich verweigere eine Anweisung eines Vorgesetzten. Normalerweise ist das ein Grund für eine Abmahnung und beim zweiten Mal dann zur Kündigung. Und das ist ja nicht illegal, eine Vergewaltigung spielbar zu machen. Aber wäre das nicht dann ein Fall, dass das Spiel dann indiziert werden würde, wenn wirklich eine Vergewaltigung spielbar gemacht würde? Das Spiel würde möglicherweise indiziert werden. Das ist schon richtig. Aber es geht ja erst mal an mich, den Designer. Ja. Und jetzt stellen wir uns vor, der Designer ist weiblich und war vielleicht schon mal Opfer einer Vergewaltigung. Das heißt, da entstehen jede Menge Probleme, die einfach auf einer Datenbasis, also ich weiß aus persönlicher Erfahrung, wenn die richtigen Daten oder die falschen Daten reinkommen in eine Firma und die Firma gerade ein bisschen in Geldnot schwebt, dann gibt es da kaum eine Grenze, über die nicht nachgedacht wird und die dann auch nach unten weitergegeben wird als zu produzierendes. Das hast du so auch mitbekommen? Also nicht direkt. Ich habe nicht direkt eine solche Anweisung bekommen, aber ich weiß von Leuten, die nicht diese Anweisung bekommen haben, aber entsprechend, wo das massiv gegen ihren Strich ging, auch eigentlich gegen das Spiel, aber die Business-Seite versteht das eigene Spiel in aller Regel nicht und hat auch gar keine Lust, das Spiel zu verstehen. Die will es vermarkten. Die will es vermarkten. Es gibt Ausnahmen. Ich habe tolle Marketing-Leute kennengelernt, also ich will das jetzt nicht alles über einen Löffel balbieren hier, aber in aller Regel interessiert die das Spiel tatsächlich wenig und da habe ich also schon Geschichten gehört und verbürgt gehört, da stehen einem die Haare im Nacken. Und das wird mit AI nicht besser werden, sondern schlimmer, wenn nicht die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen kommen. Wobei es natürlich immer schwierig ist, soll der Gesetzgeber tatsächlich in den Content-Prozess hineinregieren. Dann ist es auch wieder eine eingreifende Finanzfreiheit. Da wehrt sich ja auch alles. Also arbeitsrechtlich, dass bestimmte Sachen verweigert werden dürfen. Das wäre eine Sache. Und ich kenne da die jetzige Rechtslage nicht und das ist vielleicht auch ein Problem, dass man eben in aller Regel die Rechtslage gar nicht kennt als betroffener Angestellter, der ja davon abhängig ist, dass auch im nächsten Monat noch das Geld auf dem Konto ist. Also das sind riesige, komplexe, riesige Problemzonen, die sich auftun, bis in den persönlichen, individuellen Bereich rein. nicht nur, was die, ich meine klar, wer gelernt hat, tolle 3D-Grafiken zu machen, der wird ein Riesenproblem haben, dass er jetzt dieses rein Handwerkliche wahrscheinlich nicht mehr wirklich braucht. Das kann wirklich demnächst die AI machen. Es kommt eben mehr darauf an, dass man diese AI so steuern kann, dass was Gutes rauskommt. Das ist eine neue Qualifikation, aber die kann man lernen. Die kann man auch mal lernen. Aber es ist nicht quasi der Ursprungsberuf, den man ja gerne macht. Genau, genau. Das heißt, man muss demnächst indirekt arbeiten und dann ist die Frage, macht einem das überhaupt noch Spaß? Aber letzten Endes hat man das schon immer gehabt. Seit es die Automatisierung gibt, seit also dem 17. Jahrhundert eigentlich. Seit der Römer. Die Römer haben ja schon industrialisiert und in schließbaren Technik teilweise gearbeitet. Also es gibt schon sehr lange und ich glaube, wer heute in den Beruf reingeht und sich vorstellt, ich werde diesen Beruf genauso, wie ich ihn gelernt habe, bis zum Ende meines Lebens machen, der ist also maximal naiv. Das war selbst zur Zeit meines Vaters war das schon eine eher seltsame Vorstellung. Ich habe auch immer das Gefühl, dass in meiner Generation eh man probiert, ich sage jetzt mal, direkt mehrere Standbeine aufzubauen. Sollte man. Also da sind wir am Anfang. Warum mache ich so viel? Ja, viele Standbeine. Ein Thema, wo ich nochmal zurückspringen wollen würde, wäre das Suchtthema. Da haben wir auch mal zwei Podcast-Folgen darüber gemacht und diese Optimierung der Gegebenheiten dafür, dass das Spiel so aufgebaut ist, dass ich noch mehr Zeit damit verbringe. Durch die KI könnte ich das ja dann nochmal mehr optimieren. Wir hatten ja schon bei World of Warcraft oder Fortnite genug präsente Beispiele, wie man in diesen Sog auch reinkommen kann und welche Mechanismen da reinspielen. Aber das wäre ja auch eins dieser Beispiele, die du gerade genannt hast, wo ein Game Designer eben gucken muss, kann ich das überhaupt selbst ethisch vertreten, wenn ich diese ganzen Daten habe. Weil jetzt ist es ja, man hat jetzt schon auch Daten, aber die sind eher vage und nicht auf alle anwendbar. So kann ich es ja wirklich spezifizieren für gewisse Usertypen oder auch für den einzelnen User, was sein Spielverhalten ist und wann er abbricht. Das ist ohnehin, es ist in mehrfacher Hinsicht ein Problem. Erstens klar wegen Suchtgefahr und es gibt einige Gamer, die ihre persönliche Sucht eben im Spiel ausleben. Dann kann man immer noch sagen, es ist wahrscheinlich besser als mit Heroin oder am Roulette-Tisch, weil die Möglichkeit, sich mit downloadable Content wirtschaftlich vollständig zu ruinieren, ist dann doch eher begrenzt. Also da muss ich schon unglaublich missbräuchlich unterwegs sein. Ich muss den ganzen Content ja auch um die Spiele. Bei Mobile Games gab es teilweise echte Traps, die... Ja, ja. Ja, genau, ja. Vor allen Dingen war das dann Content, der gar nicht spielbar war. Also das ist ja oft dieser Vanity-Content auch. Das ist... Aber auch da sage ich immer, die Sucht ist nicht das Spielen. Die Sucht ist nicht der Alkohol. Die Sucht sind nicht die Zigaretten. Die Sucht ist da und die sucht sich im Medium. Und Suchtprävention fängt in der persönlichen Psyche der Menschen an und nicht damit, dass man sagt, drück die Zigarette aus, schmeiß deine Zigaretten weg, das Feuerzeug und hör auf zu rauchen. Jeder, der mal süchtig war von irgendwas, weiß das, dass eigentlich da ein Loch in der Seele versucht wurde zu stopfen. Eigentlich ist das Suchtverhalten der Versuch einer Therapie. Ich rauche, weil ich versuche, damit etwas zu heilen, ein Symptom zu unterdrücken. Und genauso ist das mit Spielen. Ich versuche damit, etwas zu füllen in meinem Leben, das gefüllt gehört. Das heißt, eigentliche Suchtprävention muss woanders ansetzen, als damit, dass man sagt, wie verhindert man jetzt oder was weiß ich nicht, wir müssen jetzt Spiele verbieten oder Zigaretten oder Alkohol oder wie auch immer. Das gibt den Spielentwicklern keinen Freibrief. Um das ganz klar zu sagen. AI kann aber auch da helfen. AI kann genutzt werden, um User zu identifizieren, die oft die Suchtverhalten zeigen. und ich kann das in meinem Spiel anbieten. Ich kann sagen, hier, wenn du wissen willst, ob du da ein Problem hast, wir können dir sagen, ob du da, also, und dann natürlich mit entsprechenden Datensturz, das wird dann jemand anderem rausgegeben, aber wir können dir eine Warnung schicken. Und wir können sagen, hier, such dir Hilfe. Du brauchst Hilfe. Du zockst hier acht Stunden am Tag unser Spiel. Sobald irgendwas Neues da ist, kaufst du das. Du gibst eine Menge Geld aus. Das ist Suchtverhalten. Das wäre möglich. Das heißt, AI kann immer in beide Richtungen auch eingesetzt werden. Wäre möglich, aber... Das heißt, als verantwortlicher Entwickler kann ich meinen Usern helfen. Auch das lässt sich wieder in eine legale Vorgabe umsetzen, dass gesagt wird, ihr müsst das sogar tun. Das heißt, ihr müsst in eurer KI, die die Spielerdaten sammelt, müsst ihr eine Instanz haben und da gibt es zertifizierte Programme, die müsst ihr einsetzen. Eins davon müsst ihr einsetzen und die informieren eure Spieler, wenn Suchtgefahr vorliegt. Das wäre möglich. Wenn ich jetzt also hingehe und sage, also es wäre dann so ein ähnliches Konzept wie die Warnung vor Sucht auf Zigaretten, ja, mit was weiß ich nicht, das eben letzten Endes eingebaut ist in die Server, na, die feststellt, dieser Userin, dieser User ist offensichtlich suchtgefährdet und dann bekommt die Hinweise und die bekommen sie häufig, bis das in Zweifelsfall so nervt, dass die dieses Spiel aufhören zu spielen. Und das würden sie bei jedem Spiel, weil jedes Spiel diese Software eingebaut hätte. Und da kommen auch die Firmen nicht gut drum herum, weil es natürlich einfach ist, für irgendwelche Behörden oder irgendwelche Testorganisationen, solche User per Bot zu simulieren. Und wenn dann diese Warnungen nicht kommen, dann ist offensichtlich, dass die diese Software nicht sauber betreiben und dann kann man diesen Firmen ankarren. Das heißt, das ließe sich sogar relativ leicht durchsetzen am Markt. Das heißt, das ist tatsächlich etwas, wo dann AI helfen könnte. Ja, wir können letzten Endes sehr viele Spieler, die suchtgefährdet sind, in die Sucht hineinspielen lassen. Das konnten wir schon immer. Es gibt Firmen, die haben versucht, das auszunutzen. Es gibt nach wie vor Firmen, die versuchen, das auszunutzen. Das ist ethisch nicht nur fragwürdig, nein, das ist eigentlich ethisch gar nicht mehr fragwürdig, sondern es ist einfach ethisch nicht vertretbar, ganz fraglos. Und da muss die Industrie sich auch selbst an den Kopf packen. Aber sie ist nicht die einzige Industrie, die das macht. Ohne das jetzt damit entschuldigen zu wollen, sie ist nicht die einzige Industrie und da immer nur auf die Spielindustrie zu zeigen, bei euch werden Leute süchtig gemacht, ja. Das ist, da könnte jeden Alkoholproduzenten, könnt ihr fragen, jeder. Jedes Casino, jedes soziale Medium, alle sind ja bedacht, dass man so viel konsumiert, wie möglich, ja. Genau. Eine andere Gefahr ist da tatsächlich für die Spielindustrie selbst drin, weil wenn ich diese Games as a Service, also wenn ich da dieses Live-Service, die Spiele erneuern sich immer weiter, das heißt, wir sammeln die Daten der Spieler, analysieren, demnächst AI betrieben, was die Spieler eigentlich wollen, zusätzlich, und dann sogar AI generiert, erzeugen wir diesen Content, ja. also dieser nächste Schritt, bisher ist dieser AI erzeugt ein Content, das ist weg, wir analysieren, was die Spieler wollen und produzieren neuen Content, damit die weiter bei diesem Spiel bleiben und nochmal 10 Euro geben oder 20. Das Ganze zerstört mittelfristig die Spielindustrie selbst an vielen Stellen. Inwiefern? Weil sehr viel, weil Innovation abgeblockt wird, neue Konzepte kommen nicht mehr, sehr wenige Spiele grasen extrem viel Marktkapazität ab. Klar wird es immer Leute geben, die kleine Spiele machen, einfach weil es Spaß macht, kleine Spiele zu machen und da wird auch immer ein kleiner Indie-Markt für sein, aber der Großteil der Spiele wird letzten Endes in den Blockbustern, in den live betriebenen Blockbustern versinken und da werden bedeutende prozentuale Anteile des Marktes gebunden werden. Und damit fehlt Innovation, damit fehlt einfach das Lebendige, das die Spielindustrie in ihren ersten Jahrzehnten ausgezeichnet hat. Boah, ja im Augenblick ist alles First-Person-Shooter und zwei Jahre später auf einmal ist es wieder Rollenspiel. Wir müssten Rollenspiele machen und dann Echtzeitstrategie und immer war es am Pumpen und wer auf den neuesten Zug aufgesprungen ist, bis er es released hat, war das in aller Regel schon weg, also hat man sich wieder was anderes überlegt. Ich meine klar, es gab immer eine Menge Copycats, aber trotzdem kam immer wieder was, das haben wir nicht mehr so. Der Professor Hartmut Konitz in Stockholm lehrt, der hat kürzlich seine Studierenden gefragt, welches Game für sie die beste Story hat, die beste Narrative und gewonnen und den Studierenden hat The Witcher 3, das ist neun Jahre alt. Das heißt seit neun Jahren hat sich offensichtlich auf der narrativen Ebene nichts weltbewegendes mehr bewegt. Klar gab es noch gut erzählte Spiele, aber irgendwo sind die alle so auf demselben Sockel, da tut sich im Augenblick wenig, da ist zu wenig Innovation drin. Was Spielmechaniken angeht, fast das Gleiche, also in den großen Spielen bewegt sich im Augenblick wenig. Und das wird sich dadurch, dass die AI, die ja immer nur auf ihren, auf das zurückgreifen kann, was schon da ist, und eben über dieses kreative Weiterentwickeln maximal auf einer empirisch zufälligen Ebene verfügen kann. Ich fürchte, es wird dadurch nicht besser werden. Das ist vielleicht, in meinem Kopf kam gerade der Gedanke, sehr vergleichbar mit der Musikindustrie, weil da ja jetzt auch mittlerweile sehr, also neue Songs, die rauskommen, da schreiben Leute teilweise, ich glaube, dass das KI generiert, die Person hat das gar nicht mehr richtig eingesungen. Teilweise das, dann sind es oft dieselben Komponisten-Kollektive, die die ganze Hitparaden zu 90 Prozent bestücken. Es gibt aber in der Musik, und da sind wir wirklich weiterhin drin, das ist fast das Gleiche, es gibt unglaublich, eine unglaublich lebhafte Musikszene unterhalb der Charts. Und teilweise reicht die sogar in die Charts hinein. Da war jetzt kürzlich dieser walisische Künstler Ren, der vor 15 Monaten ein viral gegangenes Musikvideo namens Hi-Ren hatte, ich weiß nicht, ob du das kennst. Und der, der hat keinen Plattenvertrag, der hat kein Management, der ist eigentlich auch schwer krank, der ist gerade auch wieder in Therapie. Und der ist aber damit so steil gegangen, dass das nächste Album, das er gemacht hat, durch seine Community es tatsächlich bis auf Platz 1 der britischen LP-Charts gebracht hat. Ja, nur eine Woche lang, aber immerhin, dahin hat er es geschafft. Das heißt, es gibt da unten eine sehr lebhafte, eine sehr lebhafte Szene an sehr unterschiedlichen Musiken, sehr unterschiedlichen Musikkern, die Genre auch komplett durchdringen oft und die sich an Genre nicht mehr festhalten und die sagen, ja, ist okay, wir brauchen die Charts nicht, wir leben auf YouTube, wir leben auf TikTok, wir leben da durch unsere, durch das, was diese Plattformen an uns auszahlen, das sind Leute, die teilweise Konzerthallen bestücken mit 5.000 bis 10.000 Zuschauern, die wie Jacob Collier dann Grammys gewinnen und so weiter und der Mann durchdringt wirklich alles, was musikalisch überhaupt existiert auf seiner neuesten Platte ist, von Free Jazz bis Heavy Metal alles drauf und das ist da alles komplett egal und das ist natürlich großartig und wenn wir das, wenn das das Ergebnis von AI in der Spielindustrie wird, dass da oben die Großen ihre Games as a Service betreiben und über 15 Jahre dieselben Spiele machen und unten wirklich tolle neue Games-Ideen rauskommen, die dann auch Content-mäßig hochqualitativ bestückt werden können, weil dann AI eben das bestückt, dann bin ich dafür, ich sehe allerdings im Augenblick die Voraussetzungen dafür noch nicht gegeben, weder im Bewusstsein der Entwickler, die vorwiegend, gerade die Kleinen haben sehr viel Angst davor, noch bei den Gesetzgebern, die noch gar nicht genau wissen, was da auf sie zukommt, obwohl immerhin sie versuchen es, wie gesagt, noch und schon gar nicht auf der Geldseite, die einige von denen, nicht alle, aber einige von denen haben gerade nur wieder Dollarzeichen in den Augen und glauben, ja, wir können demnächst zwei Drittel unserer Entwickler einsparen, damit wird das Spiel in der Produktion eben auch nur noch ein Drittel kosten und dann verdienen wir mehr Geld, so funktioniert das nicht und tatsächlich auch, ich glaube, die Zahl war nur 20% aller CEOs denken das wirklich und 80% sagen, nee, die Spiele werden dann nur größer, wir brauchen immer noch genauso viele Entwickler und die Kostenstruktur wird genau die gleiche bleiben, weil die wird vom Markt bestimmt, in dem Augenblick, wo die Gewinnspannen deutlich größer werden, können Leute auch wieder mehr investieren und werden mehr investieren, um besser zu sein als die Konkurrenz. Wobei auch da wieder die Frage ist, wie groß können Spiele überhaupt noch werden, bis die Spieler sagen, das ist mir einfach zu viel. Wie viel kann ein menschlicher Geist noch aufnehmen? Ja, auch wie viel Zeit hat der normale Mensch, weil ich meine klar, es wird immer die geben, die sagen, ja, ich spiele 16 Stunden am Tag, weil was weiß ich nicht, ich habe mal irgendwann ein paar Millionen von Daddy geerbt und muss nicht arbeiten oder wie auch immer. Tatsache ist aber, die meisten Leute haben eben noch eine Familie, müssen Geld verdienen und so weiter, die spielen vier bis acht, vielleicht zehn Stunden in der Woche. Und da ist schon eine Welt wie The Witcher eigentlich zu groß. Mir war Hogwarts Legends hier schon zu groß und ich habe gedacht, das liegt jetzt daran, dass du Richtung Ende 30 zugehst, Nino, und eben nicht mehr 16 bist und so viel Zeit hast und auch Lust, dich aus der Realität so lange rauszubieben. Und ältere Leute spielen auch anders. Denen geht es gar nicht so sehr um die Menge, denen geht es darum, dass das, was sie erleben, intensiv ist. Und jetzt gar nicht so sehr, ich meine, ich mache, spiele kaum noch First-Person-Tutor, weil ich das auch, also ich bin noch mal zwei Jahrzehnte älter als du oder zweieinhalb. Die sind mir zu schnell. Das schaffe ich nicht mehr. Ich habe es also lieber gern ein bisschen Slow-Paced und ich habe dann lieber, wenn ich dann sowas spiele wie beispielsweise die Bloody Baron-Episode im Witcher, die eine wirklich fantastisch erzählte Geschichte ist, vielleicht eine der besten Geschichten jemals in einem Computerspiel, das befriedigt mich. Und sowas habe ich dann, und da lasse ich mir auch Zeit, da höre ich dann zu, auch mal bei längeren Dialogen, weil die, weil die gut gesprochen sind, weil die tief sind, weil die sehr menschlich sind. Und das sind die Dinge, die dann viel eher funktionieren mit mir als Spieler und das ist etwas, was man in der Masse gar nicht produzieren muss, damit es funktioniert. Diese Episode dauert mit Sicherheit, bis ich sie zu Ende gespielt habe, zweieinhalb, drei Stunden, vier Stunden, selbst nachdem ich jetzt weiß, wie sie geht. Da sitzt ich ja zwei Abende dran. Und dann will ja meine Frau mich vielleicht auch nochmal einen Abend haben oder was weiß ich, gut, die Kinder sind aus dem Haus, aber die meisten Leute haben eben dann auch noch Kinder irgendwie und Sportverein, was weiß ich nicht. Ich glaube, die Spielindustrie täte sich einen Gefallen, wenn sie nicht so sehr den Hardcore-Spieler, der tatsächlich den ganzen Tag mit dem Spiel verbringt, im Auge hätte und mehr den Gelegenheitsspieler und dann lieber den Content, den sie machen, wirklich hochqualitativ macht. Und da hilft AI nur bedingt. Ich sehe es in den nächsten zehn Jahren nicht, dass AI wirklich von sich aus ein Qualitätslevel erreicht, der in den vorgegebenen Sachen, die die AI prompten, nicht erreicht wurde. Das sehe ich in den nächsten zehn Jahren noch nicht. Wenn das mal erreicht wird, dann reden wir über wieder über eine ganz andere Industrie. Und bis dahin hat sich die Welt dann eh noch 30 Mal geändert. Aber dann weltweit. Also das ist und nicht nur in der Spielindustrie, dann ändert sich wirklich, wenn die AI auf breiter Ebene besser wird als wir Menschen, dann reden wir über eine komplett, über komplett neue Weltordnung. Das stimmt. Weil dann theoretisch könnten wir Menschen uns dann zurücklehnen und die AI machen lassen. Dann müssen wir noch aufpassen, dass wir uns nicht ausrottet. Und dass wir mit dem klarkommen, was dann passiert. Ja. Ja. Aber da sind wir noch nicht und ich glaube, ich glaube nicht, dass das sehr schnell passieren wird. Ja. Ja. Ja, Wolfgang, das waren sehr viel spannende Einblicke. Danke hierfür auf jeden Fall. Dass zumindest mir, ich hatte jetzt keine Angst vor KI, ich bin eigentlich auch ganz positiv gestimmt, was das angeht. Aber ich sage jetzt mal, die Sorgen, was mit den Negativfolgen einhergeht, hat auf jeden Fall etwas genommen. Und ich werde ja in der nächsten Folge, die dann nach dieser hier rauskommt, auch nochmal über das Thema KI reden. Dann mit der Firma InnoGames, die Mobile Games produziert, auch führend oder unter den Führenden in Europa ist und mal aus deren Perspektive mich auch über das Thema unterhalten. Danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und diese tollen Einblicke. Man merkt, dass du sehr viel verschiedene Erfahrungen sammeln konntest. Ich möchte, ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass die Leute, die Angst vor KI haben in der Branche und dass viele, dass die komplett Unrecht haben und dass die einfach nur panisch sind oder sowas. Also das sind alles, das ist alles sehr berechtigt und ich kenne viele Menschen, die ich sehr schätze, die wirklich Angst davor haben, dass sie die nächsten 25 Jahre des Berufslebens arbeitslos sind und das möchte ich, das möchte ich nicht wegdiskutieren. Das ist ein großes gesellschaftliches Problem, auch diese Angst wegzunehmen, weil Angst am Ende ja doch wieder nur autoritäre Tendenzen befördert und Angst muss adressiert werden, aber sie muss natürlich nicht so adressiert werden, wie es die Autoritären adressieren. Angst muss so adressiert werden, dass sie hinterher weniger ist und nicht mehr und das ist auch eine Transferleistung, die die Industrie und meines Erachtens auch die entsprechenden, der Gameverband, bei dem ich selbst Mitglied bin, der sehr viel Gutes tut, aber auch da muss man tätig werden, muss Leute mitnehmen, abholen und muss sagen, hier, da sind Qualifizierungsoffensiven an der Stelle, geht da hin, holt euch Ahnung da ab, bleibt nicht einfach in euren Löchern sitzen und qualifiziert euch. Das ist das, was ich meinen Kollegen aus der Branche eigentlich gerne zurufen möchte, qualifiziert euch. Ihr werdet das nicht aufhalten können. Und man musste sich ja schon immer anpassen und qualifizieren, das haben wir ja auch herausgehört. Vielen Dank. Ich danke für die Einladung. Sehr gerne. Und für die Zuschauer, falls noch irgendwelche Fragen da sind oder man sich auch dazu äußern möchte, ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben oder unter dem Beitrag, der dann zu dieser Folge erscheint, kommentieren. Und das können wir dann vielleicht sogar in der nächsten Folge dann auch noch mit aufgreifen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.